Herzlich Willkommen zurück bei Red Faction Armageddon im Überlebensmodus, dem Überlebensmodus. Wir machen weder Internet noch Laden, wir probieren es erstmal offline. Und, okay, so sehe ich aus, ich bin Level 1. Lieblingseinsatz, keine gespielt. Geschaffte Wellen, Schwarzmarkt. Also, wo können wir denn kämpfen? Gefangenen, Ketzer, Schmelze. Das sieht doch ganz nett aus. Schwierigkeit, Normal, Startwelle natürlich 1. Ich kann gar nicht weiter vorne anfangen. Erweiterung. Achso. Mhm. Das heißt, ich kann dann immer nur die Erweiterung... Okay, Anpassung. Charakter. Die Schlange. Sieht aus wie Jenkins. Snipes. Corvallis. Oder Sergeant Winter, aber der Schwarze, genau. Ich nehme hier... ...den Kerl da. Primärsymbol. Oh Gott. Ich nehme einfach mal hier das Start. Ach, hier kann man jetzt noch Symbol und alles. Nee, komm. Wir starten einfach mal. Ich probiere es einfach aus. Dampfgenerator. Also, ich muss einfach nur den Dampfgenerator und das andere Ding da. Ich nehme einen Druckstoß mit. Ich hätte gern. Das Ding hier. Dann... Das brauche ich nicht. Das... Naja, warte. Das Ding hier. Pistolen, Bench... Pulsgranate, das Ding hier. Und dann... ...das Ding hier. Ich habe keine Ahnung. Das ist einfach nur so ein Wellenmodus. Huch. Das ist ja niedlich. Das ist ja niedlich. Das muss auf jeden Fall bei 100% bleiben, schätze ich mal. Ich kann auch einfach. Hier ist so ein Ding schießen, oder? Da wird es automatisch repariert. Da oben vielleicht? Hä? Was? Darf ich mal bitten hier? Okay. Ich habe zwölf Leben. Äh. Ja. Welle 1 geschafft. Ich kriege jetzt nicht andere... ...andere Waffen oder so. Nee. Nee. Was genau muss ich jetzt... Ah, jetzt muss ich den Generator. ...verteidigen. Ach, da unten. Och Gott. Ist ja noch besser. Die Bistolen klingen so mickrig. Was ist das? Die hört man ja gar nicht richtig. Könnt ihr mal bitte aufhören, hier meine... ...meine Dinger kaputt zu machen? Du, mach dich ab. Ähm. Macht der sowieso keinen Schaden, was sie da veranstalten? Hihihi. Das macht ja gar nichts. Diese dreckigen Pistolen. Ach du Scheiße. Äh, hallo, hallo, hallo. Vielleicht sollte ich die nicht selbst kaputt machen, da noch. 80% wo... Ach, da hinten. Komm mal hier. Oh. Komm mal hier. Kannst du mal... ...bitte aufhören damit? Das war's. Okay. Kriegen wir jetzt was anderes? Nein. Hm. Okay. Zur Helle? Das ist aber ein bisschen Schaden gemacht. Ihr dürft gerne aufhören, darauf rumzuhauen. Ich werde euch verbunden. Bah. Verdammel. Wo bist du? Wo bist du? Das ist so, Helle? Also das wird einfach so eine... Das ist anscheinend so ein Horde-Modus. Einfach nur... ... ... ... ... Benchies! Ja, sehr schön. Benchies sind immer gut. Warum höre ich die nicht, die Benchies? Geh weg. Wenn ich damit schieße, höre ich die nicht. Kann das sein, dass man auch irgendwie kaputt sind? Oder dass da ein Bug irgendwie ist, ein Soundbug? Das hatten wir schon mal. Bei Darksiders hatten wir das mal öfter tatsächlich, dass da einfach der Sound weg war. Das ist sehr suspekt. Immer drauf, immer drauf. Ey, ey. Kleine Kackfische. 60%. Ich glaube, die haben da unten ein bisschen die Randale gemacht. Ach, komm. Och, nicht diese. Nicht die. Ich kann immer aufhören, hier meinen Generator kaputt zu machen, ständig. Ich bin gleich tot. Puff, 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 macht's nur. Schöne puff, puff. Das macht nur so tück, tück, tück. Hä? Als ob der Sound einfach nicht da wäre. Als ob die Sound-Samples irgendwie voll im Arsch wären. Wo bist du? Muss ich Alarm laufen haben, oder... Darf es nur nicht auf 0% fallen? Oder wie ist das hier? Ich kenne mich doch nicht so aus, so. Ich mache das hier zum ersten Mal. Könntest du mal... Meine Güte. Okay, das war schon... Heftige Laserpistole. Warum habe ich die denn nicht genommen? Gott. Die ist ja noch tausendmal besser. Glaube ich. Okay, vielleicht sollte ich statt dem Ding hier unten lieber das hier nehmen. Hm. Guck mal, für die heidische... Okay, die werden auf jeden Fall... Die werden immer aggressiver. Lebt mich am Arsch. Okay. Das ist nicht gut. Seid ihr. Komm schon. Ah, jetzt haben wir es schon mit den Dicken zu tun. Äh, was bist du? Ach, mit einem Schlag. Kannst du... Oh! Kannst du nicht einfach... ...weckschießen? Geht auch. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Der sitzt da hinten. Da drinnen ja fast. Hey, 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 ja, 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 ja. Nein, danke, okay. Da krieg ich dich jetzt runter. Hm, geh weg. Ich brauche Muni. Das ist so ein bisschen. Oh, da bin ich weggeflogen. Oh, ach, es geht direkt weiter. Ach so, ich habe ja zwölf Leben. Stimmt. Da war ja was. Stimmt, stimmt. Okay, nur warum ich das nicht reparieren kann. Da oben vielleicht ein bisschen. Da sieht ein bisschen kaputt aus. Oh, ja, hier könnte eventuell das ein oder andere Teil fehlen. Bloß aus dem Weg. Du Schmuck. Hier mal die ganze Zeit mein schönes Teil hier kaputt. Mein schönes Spielzeug. Ich glaube, mit mehreren Leuten wird es noch sehr viel mehr Fun machen und sehr viel einfacher sein auch. Ich bin jetzt bei Welle 5 und ich merke schon, es wird langsam eng. Ich weiß nicht, ob sich der Schwierigkeitsgrad irgendwie erhöht mit ansteigender Spielerzahl wird mich aber nicht wundern. Tatsächlich. Und das war Leben Nummer 11. Ich weiß nicht so, dass ich mir mein schöner... mein... Was ist das überhaupt? Pumpe, Generator, irgendwas zerstört. Und das war Leben Nummer 10. Da fliegen schon die Teile. Das ist nicht gut. Vielleicht sollte ich die Waffe gar nicht benutzen, einfach. Alter. Die Gegner werden noch irgendwie stärker, habe ich das Gefühl. So, der lebt noch. Ähm. So kaputt habe ich das nicht in Erinnerung. Können wir mal bitte hier... ein bisschen... und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Oh, was nackt. Hm. Ne, Freischaltung erhalten. Druck dunkel. Verletzt 3. Ja, ich bin dreimal gestorben, heißt es. Oh je. Schockwelle. So, ich kann da zwischen den zwei auswählen. Oh. Eine Welle probiere ich noch. Eine, eine einzige und dann... Haben wir, denke ich, genug gesehen. Och, das ist das mit denen. Das soll sowas von nicht funktionieren. Okay. 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 Du geh... Alter, wo springen die denn ständig hin? Hammer. Oho. Das war Leben Nummer... Neun? Ah ne. Fängt wieder von Neuem an. Ich glaube... Ich höre schon... Ich... Ja, ja. Ich höre schon den Großen anstapfen. Leckt mich am Arsch. Versteckt mich einfach hier drin die ganze Zeit. Wie ist es damit? Das war wohl die Munition. Solange die Dinge hier laufen, ist alles gut. Ich kann da so ein bisschen darunter schießen, aber... viel werde ich da nicht bewirken können. Ein Ding hier hin, ein Ding da hin. Ob's das bringt, weiß ich nicht. Versuch, es ist wert. Hey, 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 hey. Die werden immer frecher hier, die Aliens. Kann die sein. Ach, nicht die schon wieder. Nicht die. Lad doch nach. Wow, nicht einer getroffen. Nicht einer getroffen. Nice. Oh, das war Leben Nummer 11. Hö, 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 hö. Hö, hö, hö. Ähm. Danke, könnt ihr das bitte nicht tun? Ich werde euch sehr verbunden. was ein Bild. Hallo, hier drin ist alles in Ordnung. Hm. Ich glaube, ich liege gerade auf dem Boden. Das ist nicht gut. Kann ich den nicht einfach nach da hinten schicken oder so? Guck mal hier. Was ist denn eigentlich mit dem Ding? Warum benutze ich das? Oh, fuck. Warum benutze ich das überhaupt nicht? Weg damit. Das ist perfekt für sowas, glaube ich. Da. Klatsch. Ab mit dir. Oh, das war Leben Nummer 10. Wenn ich mich nicht irre. Äh, wo bist, wo ist denn der? Auch der Unsichtbare genannt. Du bist ja schon wieder hier. Mach dich mal ab nach da hinten. Oh, die Schotwinde geht aber noch ganz gut ab. Ähm, mit dir redet niemand. Oh Gott. Ich bitte euch. Das ist alles, was ihr könnt. Euch da oben zu verstecken. Wen haben wir denn da? Kann ich irgendwas explodieren lassen auf dem Werfen oder so? Ne? Oh, weggeschossen. Oh, oh. Hö, 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 hö. Gerade so überlebt. Gerade so. Naja. Äh. Ja. Ich bin mir sicher. Ja, ähm. Kann ich jetzt irgendwas auswählen? Irgendwas Neues, Tolles? Anpassungen vielleicht? Ne, nur die Symbole. Okay. Gab's nur ein Überleben, Überleben, Überleben. Verteidigen. Ach, guck mal hier. Das hab ich hier gar nicht gesehen. Dass man hier auch verschiedene Dinge hat. Das ist interessant. Das hab ich nicht gesehen tatsächlich. Ne, vielleicht probier ich das irgendwann mal. Wir haben ja das Prinzip gesehen. Wenn wir die sagen, das ist die Heimsuchung, Welle-Modus, äh, mit mehreren Leuten macht das mit Sicherheit prima Laune. Ähm, ja, wem's gefällt, der darf's gerne machen. Dann würde ich sagen, war's das für die Heimsuchung. Und als nächstes, da freue ich mich am meisten drauf, tatsächlich, ist der Zerstörungsmodus. Das wird sehr gut, glaube ich. Ich hoffe. In diesem Sinne, bis dahin.